Herzlich Willkommen bei Astrologie und Partnerschaft. In dieser Serie, heute haben wir Teil 1, geht es darum, wie du Partnerschaft empfindest und wie du das aus dem Horoskop oder mit einem Horoskopvergleich auch feststellen kannst. Das heißt, was ist dir wichtig, mit was fühlst du dich wohl, welcher Partner passt denn zu dir? Und wir werden so die Punkte durchgehen, die bei der astrologischen Deutung wichtig sind. Du kannst natürlich, wenn du daheim weißt, auch ein Horoskop schon hast von dir, so einen Radix hast, kannst du natürlich ein bisschen mitschauen, wo dort diese einzelnen Planeten stehen, wo sich da was abspielt und heute geht es mal um Beziehung an sich. Es gibt ein paar grundlegende Punkte, wo man als Astrologe schaut, wenn man sich Paare anschaut beziehungsweise wenn man gefragt wird, also welche Art Partner passt denn überhaupt zu mir? Und der erste wichtige Punkt mal, wäre mal von dem Planeten her gesehen, es kommen noch mehrere Faktoren, aber wir brechen es einfach runter, von dem Planeten her gesehen mal der Mond. Der Mond steht für dein Fühlen, für dein Gefühl, aber auch natürlich, womit du dich wohlfühlst oder wie du dich wohlfühlst. Das heißt, dein Mond, in welchem Zeichen der steht, der deutet schon mal an, mit welcher Art Partner könntest du denn eventuell harmonieren. Wenn zum Beispiel dein Mond jetzt im Wider steht, dann wird dich eher jemand ansprechen, der aktiver ist, der ein bisschen mehr Gas gibt auch. Wenn dein Mond jetzt im Krebs zum Beispiel steht, dann wirst du eine Person sein, die es eher heimlich, häuslich, mütterlich, fürsorglich hat gerne und da fühlst du dich dann auch mit so einem Familiengeborgenheitssystem eher wohl. Wenn du Mond in Jupiter hast zum Beispiel, dann wirst du eher einen Partner auch anziehend finden, der sich vielleicht mit einer gewissen Sinnsuche beschäftigt oder der auch sehr reiselustig ist, der mal sagt, komm, heute machen wir mal dein Abenteuer und gehen auf einen Berg rauf oder so. Also du siehst, es kommt wirklich ganz stark darauf an, wo steht denn der Mond, in welchem Zeichen steht denn der. Und wenn du dir die Zeichen so anschaust, dann hast du vielleicht schon mal gehört, es gibt ja diese vier Elemente. Es gibt da die Feuerelemente, die eher so die aktiven sind, die Impulsgeber, der Widder, der Löwe und der Schütze. Dann gibt es die Wasserzeichen, wo es eher so um die Emotionen geht, um die Gefühle geht. Das ist der Krebs, der Skorpion und Fische. Dann gibt es die Luftzeichen, da geht es um die Verbindung, um das Vermitteln und die Kommunikation auch. Das ist so der Zwilling, die Waage und der Wassermann. Und dann gibt es noch die Erdzeichen. Und da geht es eben so ganz konkret um die Materie, um den Besitz auch ein bisschen. Und das sind so die Stier, Steinbock und die Jungfrau. Das sind so die Erdzeichen. Also du kannst schon mal schauen, wo der Mond steht, in welchem Element steht denn der. Bist du eher ein erdiger Typ, ein luftiger Typ, ein Feuertyp? Bist du ein Wassertyp? Also sehr, sehr sensitiv auch. Und da kannst du schon mal so einordnen, okay, mit was fühle ich mich denn wohl? Und deshalb schaut man bei so einer Paaranalyse auch mal den Mond an. Und wie auch sich die Monde verstehen, denn du wirst, wenn du auch ins Horoskop deines Partners schaust zum Beispiel und dessen Mond dann siehst oder deren Mond dann dir anschaust, dann hast du da gleich mal ein Bild mit, was fühlt sich denn eine Person wohl? Und da kommt eine der größten Vorteile der Astrologie gleich einmal ans Tageslicht. Nämlich, dass jeder anders empfindet, dass es unterschiedliche Typen und Temperamente gibt. Und ich habe schon das Beispiel gesagt, im Jupiter-Mond, also Schütze-Mond zum Beispiel, oder ein luftiger Mond, der eher Freiraum braucht, wenn der Mond im Wassermann steht. Der braucht seine Freiheit dann natürlich mit. Der braucht Freiraum, der will sich nicht eingeengt fühlen. Das sind ganz andere Bedürfnisse als ein Mond, der in einem Wasserzeichen steht, wo es um die Gefühle geht, um das Reden, das permanent sich austauschen und das Gefühl haben, auch geliebt zu werden. Also da sind das ganz unterschiedliche Typen. Und da kannst du ganz viel Spannungen schon vermeiden in deiner Partnerschaft, wenn du dir das bewusst machst, dass der Partner anders empfindet. Der empfindet nichts. Es gibt keinen, der nichts empfindet. Das sind nur unterschiedliche Arten, Gefühle auszuleben. Und das sind auch ganz, ganz andere Bedürfnisse, die gestillt werden können. Wenn ich also jetzt einen Schütze-Mond einlade, zu sagen, okay, wir gehen jetzt spontan auf einen Berg oder wir machen jetzt eine kurze Reise oder wir philosophieren über was, dann ist das partnerschaftlich besser erfüllt, als jetzt zum Beispiel bei einem Wassermann, wo ich sage, okay, ich lasse dir jetzt mal deinen Freiraum. Oder womöglich ein Skorpion-Mond, der dann sagt, okay, ich fühle mich da, also da geht es sehr stark um die Erotik auch oder um die Massage, um sexuell auch was zu machen. Also das ist ein ganz anderer Austausch, als man jetzt, als jetzt ein anderes Zeichen. Also wenn der Mond in einem anderen Zeichen steht. Und das solltest du dir bewusst machen. Und darum ist es auch cool, wenn man sich so mit dieser Partnerschaftsastrologie, mit diesem Paarhoroskop auch beschäftigt, weil die Temperamente unterschiedlich sind. Auch zwischen Eltern und Kindern, auch zwischen Arbeitskollegen, das ist einfach unterschiedlich. Und das kannst du aus dem Horoskop super cool rauslesen und dann auch die finden, wo man harmoniert, beziehungsweise wie man jemanden besser abholen kann. Denn diese Missverständnisse, die entstehen eigentlich nur dadurch, dass du verletzt bist und dir immer denkst, warum bist du, also der andere, nicht mehr wie ich? Und das kannst du dir merken. Wenn du gekränkt bist, ist es immer so, warum denkst du nicht mehr wie ich, warum fühlst du nicht mehr wie ich, warum bist du nicht mehr wie ich? Das ist die Essenz einer Kränkung. Warum bist du nicht mehr wie ich? Und wenn du dir das anschaust, dann ist dir ganz klar, warum der andere nicht einen Aspekt leben kann, der dir vielleicht wichtig ist oder den weniger lebt. Und da kann man dann natürlich einen Kompromiss, einen Ausgleich finden, auch in einer Beziehung, wo man sagt, okay, wie findet man sich denn? Und mit was fühlt sich denn da so meine Partnerin, mit was fühlt sich mein Partner denn wohl? Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt des Zwischenmenschlichen und auch der Kommunikation. Und gerade in Zeiten, wo die Fronten immer mehr härter werden, wo es nur dafür oder dagegen gibt und entweder man ist ein Spinner oder man ist brav. Also es ist so polarisiert unsere Zeit, dass es darum geht, wieder Kommunikationskanäle zu finden und das fängt im Kleinen an. Schau dir es einfach in deinem Umfeld an. Schau es dir mit deinem Freund, mit deiner Familie an. Wie ist denn da die Gesprächskultur? Und da kannst du eben über den Mond schon einmal herausfinden, mit was fühle ich mich denn grundsätzlich wohl? Mit was bin ich denn seelisch angekommen? Das seelische Ankommen ist, denke ich, auch so ein, ist da so ein Punkt, den man da mit bedenken kann. Ja, das wäre so der erste Teil dieser Astro-Reihe. Vielleicht schaust du einfach mal bei dir im Horoskop nach oder ich habe jetzt noch Valentinstag-Aktion für Partnerschaftshoroskope. Das heißt, ich mache dir einen Partnerschaftsvergleich und brauche dazu deine Daten. Das heißt, Geburtszeit, Geburtsort, Geburtsdatum und Geburtszeit, Geburtsort, Geburtsdatum deines Partners, deiner Partnerin. Und dann kann ich dir ein Partnerschaftshoroskop erstellen zum super Preis von 35 Euro. Bestell-Details findest du im Text unten oder auf meine Homepage schauen. Da kannst du dann ganz einfach dein Horoskop, dein Partnerschaftshoroskop, deine Analyse bestellen, wo schon alle wichtigen Aspekte rausgearbeitet sind. Und das ist schon mal ein ganz guter Orientierungsfaden durch die Beziehungen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und nächste Woche geht es dann weiter mit den nächsten Betrachtungspunkten, was so wichtig ist bei einer partnerschaftsastrologischen Analyse. Eine gute Zeit. Alles Liebe aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Erini. Gerne einen Daumen hoch da lassen, den Kanal abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.